bis leute was glaubt es in einem neuen video und ja wenn ihr schon gesehen habt habe ich jetzt ein kleines intro und ich hoffe es gefällt euch ja ich wollte euch nur das sagen und ja ich mach nur noch ein video weil ich heute noch ein bisschen krank bin ich bin noch schön ich und so weil ja vergisst es und ja ich hoffe es gefällt euch das intro und ciao